Didier Reinders ist ein belgischer Politiker der Partei Movement Reformateur und war von 2004 bis 2011 deren Parteivorsitzender. Von Juni 1999 bis Dezember 2011 bekleidete er das Amt des belgischen Finanzministers. Am 6. Dezember 2011 wechselte er in der neuen Regierung Dirupo in das Amt des Außenministers. Leben Reinders kam als Jüngstes von drei Kindern in Lüttich zur Welt. Sein Vater war als Handelsvertreter tätig und seine Mutter führte ein kleines Geschäft in St. Nikolas. Er besuchte das Institut Sacre Coeur in St. Nikolas und das Institut Sergin Bergmans in seiner Geburtsstadt und widmete sich anschließend dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Lüttich, das er 1981 mit dem Lizenziat abschloss. Anschließend war Reinders bis 1985 als Rechtsanwalt tätig. Von 1986 bis 1991 war er Präsident der Belgischen Staatsbahn. Von 1991 bis 1993 Präsident der Societe Nationale des Vosserien und von 1992 bis 1999 Präsident des Verwaltungsrates bei der SEFB Rekard Bank. 1985 übernahm Reinders seinen ersten politischen Posten als Generaldirektor der Abteilung für Gemeindebehörden des Landesministers für die Region Wallonien. Von 1987 bis 1988 war er Kabinettschef des belgischen Justizministers Jean G.O.L. und wurde 1988 für die Party Reformateur-Liberal in das Lütticher Kommunalparlament gewählt. 1992 übernahm Reinders den Vorsitz der PRL und zog als Abgeordneter in die belgische Abgeordnetenkammer ein. 1995 wurde Reinders sowohl zum Fraktionsvorsitzenden seiner Partei im Lütticher Kommunalparlament als auch in der belgischen Abgeordnetenkammer. Er nannt und übernahm das Amt des Präsidenten der PRL sowohl auf der Ebene der Federation Provincial als auch des Arondements Lüttich. Nach den Wahlen 1999 konnte die PRL in der Regierung Verhofstadt die drei Ministerstellen und Reinders wurde am 12. Juli 1999 von König Albert II. als belgischer Finanzminister vereidigt. Diesen Posten hatte er auch in der Regierung Verhofstadt II ab 2003 inne, wobei sein Resor im Juli 2004 um die Zuständigkeit für institutionelle Reformen erweitert wurde. Als der damalige Außenminister Louis Michel im Juli 2004 aus der Regierung ausschied und das Amt des Kommissars für Entwicklung und humanitäre Hilfe in der Kommission Barroso I übernahm, fiel das Amt des Vizepremierministers an Reinders. Er gehörte damit zu den wichtigsten politischen Persönlichkeiten des Landes. Im Oktober 2004 übernahm Reinders den Parteivorsitz des Movement Reformateur, in dem die PRL aufgegangen war. Auf föderaler Ebene war er auch in der Regierung Verhofstadt III vom 21. Dezember 2007 bis zum 20. März 2008 als Minister für Finanzen und Institutionelle Reformen tätig. Nach dem Rücktritt der Regierung wurde er von König Albert II. mit Sondierungsgesprächen für eine mögliche neue Regierung beauftragt und übernahm auch in der neu gebildeten Regierung Le Temel I vom 20. März 2008 bis zum 19. Dezember 2008 das Amt des stellvertretenden Premierministers, Finanzministers und Ministers für institutionelle Reformen. Diese Befugnisse behielt Reinders zunächst in der Regierung von Rompuy und vom 25. November 2009 bis zum 6. Dezember 2011 in der Regierung Le Temel II. In der neuen Regierung Di Rupo ist er neben seiner Funktion als Vizepremierminister Minister für auswärtige Angelegenheiten, für den Außenhandel und europäische Angelegenheiten. Reinders ist seit 2005 Schatzmeister der liberalen Internationalen. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Haut des E. Kohl's Commercialist Delige und Gastprofessor an der Universite Catholic Deliver. Im Jahr 2000 wurde Reinders der Titel eines Kommandeurs des Leopoldsordens verliehen. Übersicht der politischen Ämter 1988 heute Mitglied des Gemeinderates in Lüttich 1991 bis 1992 Mitglied des Provinzialrates der Provinz Lüttich 1992 heute Mitglied der Abgeordnetenkammer 1995 bis 1999 Fraktionsvorsitzender der PRL-FDF in der Abgeordnetenkammer 1999 bis 2003 Minister für Finanzen in den Regierungen Verhofstadt I und Verhofstadt II 2004 bis 2007 Vizepremierminister Minister für Finanzen in der Regierung Verhofstadt II 2007 bis 2011 Vizepremierminister Minister für Finanzen und institutionelle Reformen in den Regierungen Verhofstadt III Leterme I, Van Rompuy und Leterme II 2011 heute Vizepremierminister Minister für auswärtige Angelegenheiten, für den Außenhandel und europäische Angelegenheiten in der Regierung Veröffentlichungen Veröffentlichungen Tax Policy Priorities under the Belgian Presidency of the European Union during the second half of 2001 In EC Tax Review Bd. 10 Nr. 3 2001 ISSN 09282750 145. La Presidence Belgique de l'Aro Group Fair Soon Renforcement de la Coordination Economy In Reflects und Perspectives de la Fie Economique Bd. 40-2001 ISSN 0034-2971 139. Economic Governance with a In-Ala Jaimu In Studier Diplomatica Bd. 56 Nr. 4 2003 ISSN 0770-2965 57. 250 إ сейчас bd. 5 чи 6 6 Vielen Dank.